Ja, super Song der 80er Jahre. Wir haben Themen-Sendung von A bis Z und ich habe natürlich mit A begonnen. A für Ashford & Simpson und Solid. Und bei mir im Chat ist der Harry angekommen, der Harald aus Felden am Wörthersee. Er kommt von dem Johnny Meyer Fanclub eigentlich, hat ihn auch in Felden gesehen vor einigen Jahren und hat geschrieben, liebe Grüße an Johnny, die Sabine, die Sissi und die Irmi schicken ihm ein Küsschen nach Deutschland. Und er soll nicht böse sein, aber sie spielen Karamir rauf und drunter. Sie wissen, dass Johnny Meyer ein wundervoller Künstler ist und ganz viele tolle Sachen im Programm hat. Aber sie wünschen sich trotzdem Karamir. Bei uns sind die Wünsche großgeschrieben. Trotzdem in Sendung jetzt für den Fanclub aus Felden. Karamir. Karamir Rauf Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020